Superstar zu uns, es ist Al Corley und den kennen Sie alle, weil er war ja mit mir zusammen beinah sowas. Also Jürgen, so sagt man doch keine Weltberühmtheit an. Doch, höchstens doch. Das war nämlich Stephen Carrington aus den Denver Clan, bevor er auf die Ölinsel verschollen ist. Heute bei uns, and you speak very good Kölsch, isn't it? Sehr schadat. Sehr schadat. Do I remind you of somebody? Erinnere ich dich an jemanden? My mother. Thank you very much, I'm your stepmother Crystal. Thank you. Al Corley, today, für heute für uns, with, jetzt muss ich hier rüber, ich muss die Bühne frei machen, with Square Rooms. Thank you. 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 Thank you.